Jeder weiß, dass auch in Unternehmen und Organisationen nicht immer alles perfekt läuft. Illegale Aktivitäten, unangemessenes Verhalten und Compliance-Verstöße stellen ernsthafte Risiken für Ihr Geschäft dar. Wenn Probleme auftreten, müssen Sie in der Lage sein, die Ursache zu ermitteln und das Problem so schnell und effizient wie möglich zu beheben. Ihre Angestellten, aber auch Externe, sind oft die ersten Personen, die feststellen, dass etwas nicht stimmt. Wenn diese sich jedoch unwohl fühlen, einen Missstand zu melden, bleiben die Probleme bestehen und können zu finanziellen Schäden, Haftungsrisiken oder negativer Berichterstattung in der Presse führen. Die Angst vor Repressalien führt oftmals dazu, dass Mitwisser lieber schweigen. Selbst in einer positiven und offenen Firmenkultur haben Sie möglicherweise immer noch Sorge, Ihrem Ruf gegenüber Kollegen und der Geschäftsleitung zu schaden. Um Ihre Anonymität zu schützen, meiden Sie traditionelle Kommunikationskanäle wie E-Mail oder Telefon. Was die Möglichkeit einer Meldung gewesen wäre, kann somit schnell zur Krise werden. Mit dem BKMS Incident Reporting können Sie eine sichere und vertrauliche Möglichkeit bieten, Ihre Bedenken vorzubringen, damit sich Ihr Compliance-Team darum kümmern kann. Unsere webbasierte Software ermöglicht vollständig anonyme Meldungen aller wichtigen Vorfälle oder von Fehlverhalten, damit das Problem gelöst wird, bevor es sich verschärft. Es unterstützt außerdem die sichere und anonyme Kommunikation zwischen dem Hinweisgebenden und dem Bearbeiter. Mit unseren Hochsicherheitsservern in Deutschland und der Schweiz erfüllen wir die höchsten Anforderungen an Verschlüsselung und Datenschutz und können nachweislich nicht in die abgegebenen Hinweise schauen. Einen Missstand zu melden, kann eine schwere Entscheidung sein. BKMS Incident Reporting erleichtert die Entscheidung. In dem es eine sichere Umgebung und eine wertebasierte Kultur fördert und Vertrauen schafft. Fordern Sie noch heute Ihre persönliche Demo an. BKMS Incident Reporting – Schutz für Ihre Mitarbeiter. Sicherheit für Ihr Unternehmen.